Ich möchte euch zeigen, in diesem Video Film, ein einfacher Fettlöser. Einfach Backpulver in einem Beutel und ein bisschen Essig. Dann kann man die Schränke mühelos damit reinigen. Man kann auch Backpulver direkt auf den Schwamm tun und auf den feuchten Schrank einfach so teuchern. In verschiedenen Sekunden oder Minuten durch ganz leichtes Schrubben. Jetzt werden wir mit einem feuchten Tuch. Abwischen, abtrocknen, fertig. Schaut euch an, diese Backpulver ist auf dem feuchten Tuch. Jetzt werden wir mit Küchenrolle abtrocknen. Viel Spaß zum Nachmachen.